Was für ein süßer Weihnachtsausflug. Auf Instagram postet David Beckham eine Reihe von Fotos aus seinem jüngsten Urlaubstrip nach New York. Auf den vielen Bildern ist David immer wieder mit seiner Tochter Harper Seven zu sehen. So stellen die beiden zusammen das Werk Mittagspause auf einem Wolkenkratzer nach, posieren mit ihrem köstlich aussehendem Essen oder halten auch einen süßen Wangenkuss auf der Kamera fest. Doch auch klassische Touristenaktivitäten dürfen bei dem Vater-Tochter-Gespann nicht fehlen. David und sein jüngster Sprössling besuchen nicht nur den Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center, sondern fahren auch auf der Eisbahn Schlittschuh. Hoffentlich macht Harper beim Fahren eine bessere Figur als beim Ausziehen der Kufen, denn da muss Papa David noch etwas nachhelfen. Auch ein Foto mit dem weltberühmten Empire State Building darf natürlich nicht fehlen. Es sieht ganz so aus, als hätten die beiden amüsante und erlebnisreiche Tage in der amerikanischen Metropole verbracht. Kein Wunder, dass weder David noch Harper auf den Fotos aus dem Strahlen herauskommen.